Der elfte Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23 steht bevor und das bedeutet, ihr wisst es alle, es wird wie immer Zeit für eine kleine Prognose. Auch dieses Mal warten wieder jede Menge ausgeglichene Matches auf uns und ohne lange weiter drum herum zu reden, gehen wir auch direkt rein. Am Freitagabend treffen Mainz und Köln aufeinander. Beide gefallen mir auch diese Saison wieder ganz gut. Und beide knüpfen auch ungefähr da an, wo sie in der letzten Spielzeit aufgehört haben. Einen Favoriten sehe ich hier absolut nicht. Für mich ist das eine typische 50-50-Kiste. Zu Hause sind die Mainzer allerdings noch so überhaupt nicht angekommen in dieser Saison. Noch kein einziger Sieg konnte bis hierhin eingefahren werden. Aber immerhin musste man nur eine Niederlage hinnehmen. Ich habe mir überlegt hier auf ein 1 zu 1 zu gehen. Die Mainzer werden irgendwann auch zu Hause wieder kommen. Aber der FC ist momentan richtig gut drauf. Zeigt immer wieder gute Leistungen, sehr viel Mentalität. Ein Auswärtssieg würde mich hier alles andere als überraschen. Aber ich denke, eine Punkteteilung passt hier ganz gut ins Bild. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Auch das wird, denke ich, ein richtig interessantes und vor allem auch heißes Match werden. Der BVB hinterlässt in der laufenden Saison alles andere als einen stabilen Eindruck. Und auch die Stimmung ist nach den letzten Leistungen nicht gerade rosig. Der Druck ist auch nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal keineswegs gesunken. Immerhin sah der BVB auch in Hannover nicht wirklich gut aus. Stuttgart wiederum konnte am vergangenen Spieltag gegen Bochum den ersten Saisonsieg einfahren und im Pokal Arminia Bielefeld mit einer Klatsche nach Hause schicken. Beide Spiele sollte man mit Blick auf die Tabellen zwar nicht überbewerten, aber fürs Selbstvertrauen sollten die Spiele Gold wert sein. Dennoch denke ich, dass die Dortmunder hier knapp die Nase vorne haben werden. Mein Tipp 2 zu 1 für den BVB. Ich gehe aber davon aus, dass Dortmund sich hier sehr schwer tun wird. In der momentanen Verfassung würde es mich nicht überraschen, wenn Stuttgart vielleicht sogar was mitnimmt. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ein Spiel, wo man selber schuld ist, wenn man Geld drauf setzt, würde ich vorneweg schon mal sagen. Vom Kader müsste ganz klar Leverkusen gewinnen, aber die Werkself ist die größte Katastrophe der Bundesliga-Top-Teams. Es ist mittlerweile so schlimm, dass man sich gefühlt daran gewöhnt hat. Wolfsburg hingegen kämpft sich langsam in die Saison rein. Die Wölfe sind immerhin schon die letzten drei Spiele ungeschlagen. Interessant ist aber vor allem die Bilanz zwischen den beiden. Die ist zwar relativ ausgeglichen bei 21 Siegen für Wolfsburg und 24 für Leverkusen, aber mir ist aufgefallen, dass es seit 12 Aufeinandertreffen keinen Heimsieg gab. Und da die Werkself momentan in einem wirklich katastrophalen Zustand ist und abgesehen vom 4-0 gegen Schalke zu Hause noch nicht allzu viel geholt hat, wäre es meiner Einschätzung nach keine große Überraschung, wenn der VfL hier die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Deswegen mein Tipp Leverkusen 0, Wolfsburg 1. Freiburg gegen Werder Bremen. Die nächste 50-50-Partie meiner Meinung nach. Beide mussten am letzten Spieltag eine Niederlage hinnehmen. Die Freiburger gegen die Bayern sogar eine 0-5-Klatsche. Und im Pokal mussten beide Teams durch die Verlängerung, Bremen inklusive Elfmeterschießen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier eine zähe Partie bekommen, die am Ende keinen Sieger findet. Mein Tipp 2-2. Hoffenheim gegen Bayern. Die TSG gehört momentan zu den ganz starken Mannschaften der Liga und ist gerade zu Hause immer wieder schwer zu bezwingen. Selbst die Bayern mussten die letzten zwei Male in Hoffenheim Punkte liegen lassen. Zuletzt gab es ein 1-1 und im Jahr davor konnte Hoffenheim sogar mit 4-1 gewinnen. Und ich denke auch dieses Mal wird die TSG nicht chancenlos sein. Allerdings haben die Bayern einiges aufzuholen. Und darüber hinaus sich in den letzten Spielen wieder in Topform gezeigt. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann strahlt eine extreme Gier aus. Wenn man diese Gier auch in Hoffenheim auf den Platz kriegt, bin ich mir relativ sicher, dass Bayern gewinnen wird. Mein Tipp 1-4 für den FC Bayern. Ich frage mich aber vor allem, ob Schuppomo Ting wieder treffen wird. Also die Geschichte finde ich beim FC Bayern momentan fast am spannendsten. Naja, Augsburg gegen Leipzig. Hier stehen folgende zwei Fragen im Raum. Erstens gewinnt Leipzig das erste Auswärtsspiel dieser Saison. Und zweitens überrascht Augsburg erneut. Und ich sag's mal so, beides ist gut möglich. Der Favoritenstatus ist natürlich klar. Aber der FCA sorgt halt auch gerne mal für Überraschungen. Nichtsdestotrotz habe ich aber so langsam ein bisschen das Gefühl, dass für Leipzig so langsam der Zeitpunkt gekommen ist, auch auswärts mal wieder zu gewinnen. Deswegen gehe ich auf einen knappen 1-2-Sieg für RB. Kommen wir jetzt zum Topspiel. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Ein Spiel, auf das ich mich richtig freue. Und wo ich auch so richtig Bock drauf habe. Ist beides irgendwie dasselbe, nicht wahr? Egal, selbstverständlich wird es auch eine FIFA 23 Prognose geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. An sich, auch hier, wie in fast jedem Spiel an diesem Spieltag, eine favoritenlose Begegnung. Für Gladbach spricht die Heimstärke und dass Frankfurt am Mittwoch ein extrem wichtiges Spiel in der Champions League vor der Brust hat. In dem es darum geht, irgendwie im internationalen Geschäft zu überwintern. Auf der anderen Seite hat Gladbach mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Jan Sommer und Jonas Hofmann werden den Fohlen definitiv fehlen. Ich gehe hier auf jeden Fall von einer engen Partie aus, die durchaus das Potenzial hat, richtig attraktiv zu werden. Und von daher ist mein Tipp ein 2 zu 2. Bochum gegen Union Berlin. Spitzenreiter gegen Schlusslicht. Was wäre das für eine Geschichte, wenn die Eisernen ausgerechnet in Bochum verlieren? Der VfL zeigt ja immerhin ab und an ganz gute Ansätze, aber ich glaube für Union Berlin wird es nicht reichen. Die Mannschaft von Urs Fischer macht das momentan einfach viel zu gut. Von daher mache ich es hier auch kurz und knapp 0 zu 1 für Union Berlin. Zu guter Letzt das Kellerduell zwischen Hertha und Schalke. Standaufnahme steht übrigens noch kein neuer Trainer für Schalke fest. Da bin ich echt mal gespannt, wer es wird. Thomas Reis soll ja ein heißer Kandidat sein. Mal sehen, vielleicht wird er bei diesem Spiel ja schon an der Seitenlinie stehen. Oder aber jemand ganz anderes abwarten. Aber ganz unabhängig davon sehe ich die Hertha hier aktuell als die stärkere Mannschaft an. Die alte Dame spielt an sich ganz soliden Fußball, hat in Leipzig zuletzt eine sehr gute Moral gezeigt. Fast noch das 3 zu 3 geholt nach 0-3 Rückstand. Und Schalke wiederum ist spielerisch gefühlt am Tiefpunkt angekommen. Und deswegen bleibt mir fast nichts anderes übrig, als auf ein 3 zu 1 für Hertha BSC zu tippen. So, das war es mit meiner kleinen Prognose zum 11. Bundesligaspieltag. An der Stelle wie immer die Frage an euch. Was denkt ihr? Wie werden die Partien ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.